Am besten an der großen Schule gefällt mir, dass alle nett sind, auch die Lehrer und dass alle sehr hilfsbereit hier sind. Mir gefällt am besten an der Schule, dass die Lehrer hilfsbereit und nett sind und dass man auch gleich viele Freunde findet, die auch sehr nett zu einem sind. Mir gefällt an der Schule, dass sie nicht zu groß ist, sodass man sich nicht verlaufen kann. Es gibt einen Niedrigseilgarten, ein Fußballfeld und einen Basketballkorb, sodass jeder machen kann, was er mag. Am besten gefällt mir an der großen Schule, dass die Lehrer hier sehr freundlich sind und der Schulplatz groß und übersichtlich ist. Am besten an der großen Schule gefällt mir das Essen, das ist ziemlich lecker hier. Ich finde an der großen Schule schön, dass man seine Meinungsfreiheiten hat. Man darf selbst entscheiden, was für Anziehsachen man trägt. Es wird einem nichts groß vorgeschrieben. Man hat hier auch sehr viel Spaß. Man kann sich mit Sachen in der Pause beschäftigen. Es gibt einen Tiefseilgarten, in dem man spielen kann. Die Lehrer erklären einen auch Sachen, wenn man sie nicht versteht, sodass man sie dann versteht. Und es gibt auch AGs, aber leider kann man nicht alle machen. Aber wir müssen jetzt einfach nur erinnere ich. Vielen Dank.